Wir waren gerade bei den Frettchen und zwar unseren drei Feen. Gerade haben wir Nelly ein bisschen unter die Lupe genommen und auch Anke und Deli waren dabei. Weil Nelly schon ein bisschen älter ist, ist sie natürlich morgens immer die Letzte, die aus dem Bettchen kommt. Ist aber auch gar nicht schlimm, wir wissen das. Ja, ansonsten während der Arbeit mag sie es absolut gerne ein bisschen in den Schuhen rein zu krabbeln und beißt da auch gerne mal rein. Das ist so ihre Eigenart. Das findet sie total klasse, warum auch immer. Rättchen sind klassische Fleischfresser. Die verdauen auch ziemlich schnell, sodass man sie mehrmals am Tag dringend mit tierischem Eiweiß versorgen sollte. und sie stammen auch vom wildlebenden Ilses ab, wurden damals zu Rattenjagd eingesetzt und natürlich ist da der Instinkt auch immer noch drin. Erst5 Lagen D 6 D 7 D 8 D 8 I D9 D 9 D D9 D10 D9